hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu s6 ja mit dem gravelschmeißer und carscrafter irgendwo ganz weit oben der heiko der peta ist der gravelschmeißer aber ich kann nicht hauen hiermit geht nicht damit geht er nicht scheiße aber damit geht es nur klar der kann ja ich fliegen ich will mich jetzt gar nicht verwandeln für ein kurzes stück besichert habe in das lohnt nicht und immer ja und immer wenn wir anfangen fängt grundsätzlich an zu regnen immer dann ist wie war familientag da regnet hat immer und wir sind immer in 1 wir sind immer in geschäften am familientag ja warum was immer regnet ach so das ist nichts gut also die letzten zwölf wochen oder 15 wochen hat immer am dienstag geregnet außer letzte woche ist in der familientag ach so ja alles klar der dienstag wo ich mal nicht alles klar ich habe jetzt gerade gedacht aber es gibt nämlich sowas glaube ich auch von rewe auch in dorfmund immer da gibt es nämlich auch so mit mit musik und so weißt du okay so kurz hier rewe product placement abgehakt so das haben wir schon mal willst du zuchini ja dann gab es schon nicht nur hier ach ja ja da wollte ich auch hin eigentlich ich glaube so voll verplant rein einfach mal ich schaffe es nicht hier raus ich muss mich hier raus graben jetzt tut mir leid wo war das ach da das ist ja die gurken die will ich ab und eine gurke nach da war dass wir beide rein tun jetzt sind automatisch reingeplöpft scheiße und ich weiß remaining heißt ich kann aber rein tun oder ja ist sie einfach jetzt die zuchini ich habe nämlich eh hunger danke außer da steht null und wirkschen dort und wirkschen oh jetzt irgendwo portal gang geräusch unable to play anna und sound event okay der heiko wieder raus soll ich mal wieder ein paar coole sachen platzieren ja coole sachen irgendwas komm ich gucke mal ich gucke mal der super blog des tages was haben wir denn hier so irgendwas so ich gucke mal was das möglichst exotisch ist mal gucken ob heikos rechner es aushält aber ja warten ja ist gut hier kommen hier ein 1 es kript oder wie auch immer man das ausspricht das ist ein tolles geräusch gespielt hier mit ach guck mal jetzt ist hier so ein stuhl einfach einer rezeption also was haben wir eine moosballen nee da kannst du nicht mossy stone schisseln war das nicht so geht da kann man daraus dann ein moosball bauen ich glaube nicht ja ja geht ja fällt da das raus mossy stone was macht denn der was macht denn der magic mirror kult mirrormut kurt moos so irgendwann muss ein schwert wir brauchen eben mal wieder ein projekt freunde also also geht das nicht stimmt jedoch rumgehangen worden hier lotz weapon als wir machen ein Questbuch holen. Ein Questbuch? Und da steht dann drin, was wir machen sollen. Ja, genau. Das ist super. Okay. So, Auto Repair habe ich jetzt drauf. Ausgezeichnet. Ich finde, die Leute können jetzt ja mal so kleine Mini-Aufgaben machen. Dann gucken wir mal, wie viel wir in einer Folge schaffen davon. Stimmt. Das wäre cool. Also, wenn euch was Cooles einfällt, so Mini-Aufgaben, so ein, zwei Minuten, dann sag mal Bescheid. Und jetzt sagt mich, Crafted 34 Spitzhacken. Doch, das ist geil. Naja, voll cool. Oh, Erdbeeren. Das ist gar kein Stuhl, ne? Was ist das? Weiß ich nicht. Eskitor. Was ist das? I don't know what an Eskitor is. Oh, not that cheap. Also, wenn Stuhl ich und mich da draufsetzen, können wir ein bisschen cheapen gehen. Also, der kommt auf jeden Fall von Forestry. Really? Was gibt es hier noch so? Winter Squash. Was gibt es hier noch so von Forestry? Holly Blue. So ein Wurm. Wir können ein bisschen Sushi herstellen. Kirschbaum hier. Wir können mal hier Kirschbaumheine anpflanzen. Weil wir brauchen viele Kirschen. Weil ich habe es nicht gesagt. Ich habe es noch nicht gesagt. Aber ich habe ein Mon Cherie-Placement angenommen. Deshalb müssen wir jetzt hier die super Spezialkirsche anbauen. Ich kann euch auch den Hammer empfehlen. Den Hammer? Welchen Hammer? Von Hammer.de. Nein. Den MC Hammer? Ja, den auch. Der ist sehr, sehr gut. Gibt ja auch ein Placement für den Hammer. Wollt keiner haben. Schade. Hätte ich eigentlich machen sollen. Dann hätte ich den auf irgendwas geworfen. Das ist immer noch da. Echt? Echt? Ja. Krass. Komm, Püder. Lass das auf Gamiano TV zusammen machen. Dann machen wir das Hammer-Placement. Eine Dreiviertelstunde voller Unterhaltung, Witz. Das fällt gerade ein. Kann man da nicht einfach die ganzen Produktplatzierungen abfarben? Ja, ne? Können wir eigentlich mal machen. Also Leute, da müsst ihr uns zwischendurch mal gönnen, ne? Sagen wir mal so, die geben jetzt bei der Kanalgröße vielleicht 200, 300 und dann machen wir 100 Stück. Ja, eben. Die haben 15.000. Eben. Alles klar. Das wäre schon gut. Alles klar. Machen wir so. Geht das mal raus. Erst mal an Land ziehen die Dinger. Mach schon mal das Hammer-Placement klar, bevor es weg ist, Peter. Und jetzt führe ich direkt durch hier. Hallo zusammen. Direkt drauf. Das super-crosser Hammer-Placement. Ich würde ja gerne einen Boss-Fight machen, aber die Frage ist jetzt, wie man den in Ass Magica denn beschwört, weil es gibt da richtig dicke Dinger. Der Zombie da drüben, der efft mich nach, Heiko. Guck mal, hinter dir bin ich. Gibt ja auch Mana, Martin. Das war der Magical Mirror, den du gemacht hast. Nee. Ich hab den doch gar nicht gemacht. Egal, den haben wir im System. Und wenn wir den einmal haben, dann beschwört er einen Zombie und der macht immer denjenigen nach, der ihn zuletzt angeschaut hat. Ja. Warte, ich muss einmal kurz was gucken. Warte hin. Willst du hinschießen? Nein. Ich wollte mal einmal gucken. Das hört sich so interessant an. Ich möchte das einfach mal benutzen. Heiko fällt einfach da runter. So. Wo bist du? Du weißt, dass ich da die bessere Waffe habe? Ich weiß. Ich will auch nur ein bisschen noch Welle machen, ja? Mach gar nichts. Ich will nur ein bisschen noch Welle machen. So, warte mal. Ich hab Otherworld Aura. Was passiert hier? Wir schwingen die ganze Erde weg. LOL. Guck mal. Wow. Was? Da ist der Pass. Da kann man nicht rein, ne? Weiß ich nicht. Hast du die Partei gemacht? Vielleicht muss man kaputt schlagen, damit es explodiert und man wird da reingesogen. Nee, nicht funktioniert. Das ist einfach nur kaputt. Sehr gut. Wir können ja mal, ähm... Ich hab so lange dafür gecraftet. Bam, bam, bam. Das ist kaputt jetzt. Nee, macht's einfach kaputt. Portal to... Hier, es gibt ein Portal to the last millennium. Sollen wir da mal rein? Ich hab das hier draußen aufgebaut. Ja, komm. Kommt da mit? Also wir machen jetzt immer so ein paar Spaßfolgen. Ja, auf jeden Fall. Oh, oh. Wo sind wir hier? Was ist das dunkel? Hä? Das ist jetzt alles? Kennst du das last millennium nicht? Nee. Von, wie hieß das nochmal? Chrono Trigger? Das ist alles hier dann? Nee, mehr ist das nicht. Das ist am Ende der Zeit. Lol. Ja, ist ja cool. Richtig, das ist ja... Oh, dann kommst du irgendwo raus danach. Oh. Jetzt hab ich auch mal über Hure begonnen. Boah, jetzt bin ich hier irgendwo. Viel weiter im Süden. Das ist noch meine Mana-Kekse. Erst mal zurückfliegen hier. So geht das nicht. Ach stimmt, das Portal hatten wir schon mal irgendwo, ne? Und da haben wir uns wieder gewundert. Was? Wo bin ich still hier gelandet? Ja. Aber manche Sachen, die kriegt man halt auch nicht raus, ne? Da wundert man sich immer und immer wieder. Ich hab das bei Space Engineers auch. Manchmal reise ich so irgendwas ab und ohne zu gucken, was da drin ist in der Kiste. Nee. Doch, und dann ist dann halt so ein riesiger Stein da drin manchmal. Ja, und dann... Sorry. Der Vulvus? Ja, und der spawnt dann einfach über deinem Schiff und alles ist scheiße. Der zerquetscht dann dein Schiff, alles kaputt. Gibt's hier noch so viele Portale? Gibt's hier noch mehr Portale? Ich guck mal. Everything is bullshit. Everything is awesome. Everything is bad and I hated my life. Guck mal, Water Guardian. We commence Spell Level 10. Ich hab ein Enderman-Pad. Der ist bestimmt cool. Der läuft hier nicht rum. Was denn? Ich hab ein Geräusch gehört von einem Enderman. Okay, warte mal. Ach so, das ist so ein Pad, ne? Ah, ich weiß, was das ist. Ja. Ey, hau ab. Ey, du Schwanz. Ich werd dich mit Scheiße voll hier mit Portals to the last millennium. Hier kannst du haben. Mach's gut, du Schwachkopf. Ey. Aber warte mal, Enderman, dann musst du ja erstmal aufladen, ne? Ja, dann kannst du dich aber auch nur kurz Porten. Was gibt's denn noch so für geile Pads eigentlich? Du kannst auch selber welche bauen. Custom Pads. Guck mal. Ein Kunst-Pad. Guck mal, Püder. Ja? Was war das? Keine Ahnung. Ich glaub, ich hab deine Seele gestohlen. Das war ein Wither-Ding. Bist du jetzt vergiftet? Nö. Hä? Was passiert denn dann? Ey! Das ist einfach so die Reaktion, die mal kommt. Hi, bin wir hier? Hallo. Aua. Was hat das gemacht? Warte, warte mal. Nichts. Was steht denn da drauf? Ja, keine Ahnung, warte mal. Immune-to-Wither-Effekt. Lifesteal 25%. Ah, okay. Ah, okay. Wir können doch rum mit Ted werfen. Warte mal machen. Hier. Brewing-Stand. Was macht das? Oh, guck mal hier. Komm, komm was raus. Du hast grad ein Bier gekriegt oder so. Ach, ja, stimmt. Potion of Healing. Das war lecker. Hier, das Portal hat zwar getrunken. Warte mal hier. Guck mal, ich hab noch ein Herz-Ding hier. Jetzt liebst du mich. Das Geräusch. Guck mal. Ja, komm mal. Nichts schlecht. Komm, wieder auch mal Dickau. Guck mal, das pulsiert sogar. Hier schenke ich dir. Das Herz-Pad. Warte, ich suche ja noch ein Portal raus. Aber wo? Oh. Was macht das denn? Das quietscht. Group Generation. Right-Click. Was macht denn hier das Grave-Pad? Das Grave-Pad kann nix. Okay. Die probiert erstmal alle aus. Hier, guck mal. Hier ist ja noch ein Bananen-Pad. Hab ich auch noch. Das Bananen-Pad ist geil. Ja, die sind ja cool, die Pads. Guck mal, Restore's Inventory After Death. Das ist voll gut. Guck mal, es gibt sogar ein politisch korrektes Pad. Oh, ich Knochen. Echt? Oh, lol. Das steht ja sogar da. Lol. Holiday-Pad only works during Padmas between... Lol. Du nehmst nur zwei Knochen, WTF? Ja, warum denn nicht? Das wird mal mehr hier am Start. Das haben wir ja nur so. Weil kein Eisengolem-Ding. Also wir machen die Folgen, die jetzt wahrscheinlich noch kommen werden, werden wir mit Mod-Spaß füllen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Weil bald kommt ja ein neues Projekt, ne? Und das geht ja nahtlos ineinander über und dann ist die Together-Show erstmal zu Ende. Genau. Und vielleicht ist sie dann ja nochmal auf einem anderen Kanal. Krass, ja. Könnte man auch mal machen. Also irgendwann später dann. Ja. Was ist das denn? Ist das der Dubstep-Padert? Ich hab nix gemacht. Heiko. Heiko. Ich auch nicht, nein. Hä? Nö, nö. Ich war nur noch im Ofen. Lol, es gibt sogar ein Illuminati-Pad. Pff. Hört ihr das auch? Ne. Warte, hier. Klickt damit mal rechts auf den Boden. Ah, jetzt hör ich das. Dum, dum, dum. Dö, 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 dö. Es gehts. Tschüss. Dö. Tö. Dö, dö.